Das Evangelium nach Markus Es ist einer der ersten Berichte über das Leben von Jesus. Frühe Überlieferungen schreiben es dem christlichen Schriftsteller Markus zu, der auch Johannes Markus genannt wird. Er war ein Mitarbeiter von Paulus und ein enger Gefährte von Petrus. Der Kirchenvater Papias sagt sogar, dass Markus alle Augenzeugenberichte und Erinnerungen von Petrus gesammelt und dann zu diesem Bericht zusammengefasst hat. Markus hat die einzelnen Teile aber nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern er hat die Geschichte von Jesus ganz sorgfältig aufgebaut. In der ersten Zeile des Buches sagt Markus, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Interessant daran ist, das ist das einzige Mal, dass Markus uns sagt, was er denkt. Im Rest des Buches erzählt er einfach, was Jesus gesagt und getan hat und er berichtet, wie andere Menschen auf ihn reagiert haben. Markus hat die Geschichte von Jesus als Drama in drei Akten aufgebaut. Der erste spielt in Galiläa, der dritte in Jerusalem und im zweiten Akt ist Jesus auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Jeder Teil betont ein wiederkehrendes Thema. Im ersten Akt sind alle von Jesus total begeistert und fragen sich, wer ist dieser Jesus? Im zweiten Teil ringen die Jünger mit der Frage, was es für Jesus bedeutet, der Messias zu sein. Und im dritten Akt sehen wir die überraschende Art und Weise, wie Jesus zum messianischen König wird. Lasst uns in das Evangelium eintauchen und sehen, wie sich das alles entwickelt. Nach dem Einleitungssatz zitiert Markus die Propheten Jesaja und Malachi. Sie kündigten an, dass Gott einen Boten nach Israel senden wird. Er soll Israel darauf vorbereiten, dass Gott selbst kommen wird, um sein Volk zu retten und ihr König zu werden. Markus stellt uns Johannes den Täufer als diesen Boten vor. Und dann, als man gerade erwartet, dass Gott höchstpersönlich auftauchen wird, betritt Jesus die Bühne. Der Himmel öffnet sich, Gottes Geist kommt auf Jesus herab und Gott spricht, du bist mein geliebter Sohn. Danach präsentiert uns Markus die Zusammenfassung von Jesu Kernbotschaft. Jesus zieht durch Galiläa und verkündet die gute Botschaft, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Jesus führt also die Geschichte des Alten Testaments weiter. Gottes Rettungsmission für seine Welt. Durch Jesus stellt Gott seine Herrschaft über die Welt wieder her, indem er das Böse konfrontiert und dessen Macht über die Menschen besiegt. Und dann lädt Jesus Menschen ein, unter seiner Herrschaft zu leben, indem sie ihm nachfolgen. Danach finden wir eine ganze Reihe von Geschichten. Sie zeigen uns die Vollmacht von Jesus und wie er Gottes Königreich zu den Menschen bringt. Er heilt Menschen, die krank sind oder die von dunklen Mächten beherrscht werden. Und er tut sogar etwas, das aus Sicht eines Juden nur Gott tun darf. Er vergibt Sünden. All diese Taten bewirken viele verschiedene Reaktionen. Einige Menschen folgen Jesus und werden seine Jünger. Andere wissen nicht, was sie denken sollen. Und wieder andere lehnen ihn komplett ab. Vor allem die Leiter Israels. Sie werfen ihm Gotteslästerung vor und dass er seine Kraft von dunklen Mächten erhält. Aber Jesus ist von diesen Reaktionen nicht überrascht. Er lenkt sogar die Aufmerksamkeit darauf. In Kapitel 4 hat Markus Gleichnisse zusammengestellt, die zeigen, wie geheimnisvoll und verborgen Gottes Reich ist. Jesus vergleicht seine Botschaft mit Saatkörnern, die auf verschiedene Böden fallen. Manche nehmen den Samen auf, andere nicht. Oder das Königreich Gottes wird mit einem kleinen Senfkorn verglichen. Es ist winzig und erscheint unbedeutend, wird dann aber überraschend groß. Jesus will damit sagen, dass er wirklich der Messias ist, der Gotteskönigreich bringt. Auch wenn es anders aussieht, als es alle erwartet haben. Die Verwirrung über Jesus wird immer größer, was Markus am Ende des ersten Teils zu einem Schlüsselgedanken führt. Sogar die Jünger von Jesus sind verwirrt. Und sogar sie ringen darum, zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Das bringt uns zum zweiten Akt. Er beginnt mit einem sehr wichtigen Gespräch. Jesus nimmt seine Jünger zur Seite und fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, du bist der Messias. Aber es wird schnell klar, dass Petrus an einen militärisch erfolgreichen König denkt. Der Nachkomme von David, der Israel von den Römern befreien wird. Aber für Jesus ist der Messias in erster Linie der leidende und dienende König, der in Jesaja 53 beschrieben wird. Er richtet Gottes Herrschaft auf, indem er sein Leben in Jerusalem opfert. Aber die Jünger verstehen es nicht. Sie denken, Jesus dem König zu folgen, bringt ihnen Ruhm, Ansehen und Einfluss. Doch Jesus macht klar, ihm zu folgen, ist eher so, als würde man sterben und sein eigenes Kreuz tragen. Es bedeutet, Gewalt, Stolz und Egoismus abzulehnen und sein eigenes Leben für andere herzugeben. Ihnen zu dienen und sie zu lieben. Das gleiche Gespräch führt Jesus noch zweimal mit den Jüngern. Und alles gipfelt dann in der wichtigen Aussage von Jesus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die Jünger verstehen es aber immer noch nicht und reagieren verwirrt und ängstlich. Und so erzählt Markus im zweiten Teil eine Geschichte, die an den Anfang des Buches erinnert. Jesus nimmt drei der Jünger mit auf einen Berg und wird plötzlich völlig verändert. Er erstrahlt in hellem Licht und herrlicher Schönheit und eine Wolke hüllt sie ein. Das erinnert sehr daran, wie Gott in seiner Herrlichkeit dem Volk Israel am Berg Sinai begegnet ist. Und dann erscheinen noch zwei Propheten neben Jesus, die früher am Berg Sinai in Gottes Gegenwart waren, Mose und Elia. Und Gott sagt noch einmal, das ist mein geliebter Sohn. Markus erzählt diese Geschichte bewusst zwischen all den Gesprächen aus dem zweiten Akt und stellt die unglaubliche Behauptung auf, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Herrlichkeit Gottes in Fleisch und Blut ist. Und Jesus, der herrliche Gott Israels, wird König werden, indem er für die Sünden seines eigenen Volkes leidet und stirbt. Es ist eine rätselhafte Aussage, die die Jünger noch mehr verwirrt und verängstigt, als sie den Berg verlassen. Was uns zum dritten Akt führt. Am Passerfest zieht Jesus wie ein König öffentlich in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln niemals Messias zu. Dann betritt er den Tempelhof und offenbart seine königliche Autorität, indem er die Diebe und Gauner aus dem Tempel vertreibt, sodass sogar die Opfer eingestellt werden müssen. Das löst eine Diskussion aus, die eine ganze Woche lang dauert und in der Jesus die Leiter Israels für ihre Heuchelei verurteilt, woraufhin sie planen, ihn zu töten. Jesus warnt seine Jünger und prophezeit ihnen, dass Jerusalem und der Tempel noch in dieser Generation zerstört werden. Und er sagt ihnen auch, dass seine Nachfolger genau wie er selbst verfolgt werden, bis er wiederkommen und Gottes Königreich auf der ganzen Welt aufrichten wird. Das alles führt zum letzten Abend, an dem Jesus das letzte Passamahl mit seinen Jüngern feiert. Jesus erzählt die Geschichte, wie Israel durch den Tod des Passalammes aus der Sklaverei befreit wurde. Jesus nimmt diese Symbole und gibt ihnen eine neue Bedeutung. Sie stehen für die Befreiung von Sünde und Tod, die der dienende und leidende Messias durch sein Sterben erreichen wird. Ab hier geht alles sehr schnell. Jesus wird festgenommen von Israels Priestern und dem Stadthalter Pilatus verhört und schließlich gekreuzigt. Der Höhepunkt ist dabei eine Szene, die an den ersten und zweiten Akt erinnert. Aber diesmal ist es keine Wolke, die herabkommt, sondern Dunkelheit. Statt einer göttlichen Stimme aus dem Himmel hört man nur eine Stimme von Jesus, der aufschreit, bevor er stirbt. Und dann lesen wir völlig überraschend von einem römischen Soldaten. Als er Jesus sterben sieht, versteht und bekennt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er ist der Erste in der Geschichte, der die schockierende Wahrheit über die Identität von Jesus erkennt. Nämlich, dass er der gekreuzigte Sohn Gottes ist, der Messias, Jesus von Nazareth, der für seine Freunde und auch seine Feinde starb. Danach wird der Körper von Jesus in ein Grab gelegt. Am ersten Tag der neuen Woche kommen zwei seiner Jüngerinnen zum Grab und entdecken, dass es leer ist. Der Stein ist weggerollt. Ein Engel teilt ihnen mit, dass Jesus nicht mehr hier ist, sondern dass er von den Toten auferstanden ist. Dann fordert er sie auf, zu den anderen Jüngern zu gehen und ihnen die gute Nachricht zu erzählen, dass Jesus lebt und er sie in Galiläa treffen wird. Die Frauen sind völlig erschrocken. Markus beschreibt, dass sie zitternd vor Entsetzen vom Grab weglaufen und aus lauter Angst niemandem davon erzählen. Und so endet das Buch. Die Jünger von Jesus zeigen die gleiche Angst und Verwirrung wie schon am Ende vom ersten und zweiten Akt. Wenn du jetzt ans Ende des Markus-Evangeliums schaust, siehst du, dass es dort weitergeht. Jesus erscheint seinen Jüngern und spricht mit ihnen. Aber eine Fußnote erklärt dir, dass dieser Teil nicht zur Originalfassung gehört, sondern erst später in einigen weniger glaubwürdigen Handschriften auftaucht. Natürlich ist es möglich, dass der originale Schluss verloren ging oder dass Markus sein Werk nie abgeschlossen hat. Doch es ist wahrscheinlicher, dass das abrupte Ende beabsichtigt ist, um uns etwas klar zu machen. Die ganze Zeit geht es um die erschütternde Aussage, die die Jünger von Anfang bis Ende verwirrte. Dass der leidende, gekreuzigte und auferstandene Jesus der Messias ist. Der Sohn Gottes. Indem Jesus für die Sünde der Welt stirbt, wird besonders deutlich, wie Gottes Liebe und sein Reich alles auf den Kopf stellt. Und so endet die Geschichte ohne Auflösung und fordert dich als Leser heraus, Was machst du mit dieser seltsamen, ungeheuerlichen Aussage über Jesus? Wirst du davonlaufen wie die Jünger? Oder wirst du Jesus als deinen König anerkennen und die gute Nachricht weitererzählen? Diese Frage kannst nur du beantworten. Und das ist es, worum es im Markus-Evangelium geht. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de www.dasbibelprojekt.de